Für ein Hockeyspiel brauchst du zwei Teams. Ziel des Spiels ist es, mehr Punkte zu holen als das andere Team, in dem der Puck ins gegnerische Tor geschlagen wird. Nach den offiziellen Regeln hat jedes Team sechs Feldspieler und die Spielzeit besteht aus drei Dritteln von jeweils 20 Minuten. Um ein Spiel zu beginnen, müssen für jedes Team Angreifer, Verteidiger und ein Torwart bestimmt werden. Angreifer versuchen den Puck ins gegnerische Tor zu bringen, während Verteidiger versuchen, den Puck vom Tor ihres Teams fernzuhalten. Die Aufgabe des Torwarts ist es, alle Pucks zu blockieren, die direkt auf das Tor zielen. Sobald du die Spielerpositionen vergeben hast, beginne das Spiel, indem du zwei gegeneinander aufgestellte Spieler in der Mitte des Spielfelds um den Puck kämpfen lässt. Nachdem eine Mannschaft ein Tor erzielt hat oder ein Strafstoß ausgeführt wurde, erfolgt ein neuer Anstoß. Da Hockey ein Kontaktsport ist, sorge dafür, dass immer die korrekte Schutzkleidung wie Helm, Mundschutz, Schienbeinschutz und Handschuhe getragen wird.